Ladies and Gentlemen, Willkommen zurück zu... Willkommen zu Let's Play God Mode. Dann zählt ihr uns ja zwei Missgeburten, die sich da... Also meiner ist der Joker, ja. Wenn du aussiehst, ist es so eine Tengu-Nase, kann ich nichts dafür. Ernsthaft? F***ing, seriously, okay. Das hab ich mich jetzt auch gefragt. Ah, Tengu-Nase. Ja, ich bin Pinocchio. Töten! Na, die da werden ganz bestimmt kein Eier mehr legen. G Bear, ich hab keine Mehr. Gare! Friss meine Munition! Die Viecher sterben! Puff! Scheiß Adler, Viecher, Alter. Wer schießt mich die ganze Zeit ab? Ja, dann schieß den Adler ab! Warum darf man eigentlich keinen Charaktn mit Haaren haben? Das frage ich mich auch. Wahrscheinlich war es in der Hölle einfach keine Haare groß. Ja, die sind ja unterwegs abgebrampt. Doch, haare weg! Könnte die aber bitte Abstand nehmen? Ich gehöre an den Baby-Mode.